Zaffa Paul ist der schnellste aus den Blöcken, jetzt kommt Gale, und jetzt ist Usain Bolt, nichts verhalten, nein, er gewinnt, 9,5. Set! Saufamed Nij overcome, aber es ist Van Nijker auf den Moment, die Alfrikhans ja ruine, oder ist er? Er ist es ein paar Worte, ist ein Unbelegado, egal, eine höre나�ische Unity von H wish, und 43-0-3! Aber es ist Ruduscher zum Home-Straich, wir schauen uns genau an dieser Runde, der fröhlich ist die books in der zweiten Wahl, der andere Seite, Kütun, noch 3. 3rd place now, Ren and Mann, the 3 youngsters, with Solomon finishing, but Radicea, what's the time? It's a world record! A world record! Or has Lagard got him? Or could Silva kick both of them? Elgarouge tackle, Lagard goes up and takes the lead. Elgarouge can't quite hold him. Lagard's in front, but he's coming back, the champ! Elgarouge is coming back, he is a legend. De laatste ronde is een martelgang, maar de 47.000 toeschouwers jagen hem naar het wereldrecord. De 21-jarige Shaheen is bijna 2 seconden sneller. 7 minuten, 53 seconden, 63 honderdste is het nieuwe wereldrecord. Kine Nisa Bekele, met Ethiopische loopronde, 12.27, 12.39, 36 is het record van De Breselassi. En dat gaat eraan, een nieuw wereldrecord in Hengelo. Het is een fijn, 12.37, 37. Oei, oei, oei. En een laatste kilometer van 2.39. 2.29. Oei, oei, oei. En jullie waren erbij. Hou die binnenbaar vrouw! Ja, wie dat armen in de kirche. Kenny Bekele is in diesem moment zuhause. Boom! Kenny Bekele heeft zijn eigener wereldrecord in een paar 3 seconden. Hij heeft minder dan 200 meter te gaan. Elian Kipchoge, laten we een oorlogen. In de finale 20 seconden. Elian Kipchoge. Oh! Hij heeft zijn bepaalde. 1.40. 1.40. Nou, Meroet, weet u welke beginiët. Nu gaan terug op. Meroet is aanleggen met Richardson in 2de plaats. 4 in de Elian Kipchoge. Dat gaat goed. Maar Meroet is daar uit voor deze gebied en runot heel snel. Je kan het snelweg. Dit is een langer rata. Richardson in 2de plaats. En Parchment in 3de... 12.81. Het is een nieuw wereldrecord. Het wereldrecord is niet genoterd. Het wereldrecord in de toekomst. Ik ga even opdrachten. und 47, wahrscheinlich auch Rekord Mondial. Wir sehen uns Rekord Mondial, 46, 79. 43. Atención. Javier Sotomayor, Rekord des Mundo. 2,45. Wow! Rekord des Mundo, Rekord des Mundo. Salamanca, die Geschichte zurück. Salamanca, die Geschichte, 4,45. 2,45. Wondervoll, 8,91 m. We really went for that one. That's huge! That's got to be close to Carl Lewis's new figures of 8,91. And just looking at the wind speed gauge, that's legal. So if that's anywhere near 8,90, it could be a world record. Plus 0,3 m per second. It's the longest triple jumper in history. Here's Jonathan in the first round. Oh, it's huge! It's massive! My goodness! That is fantastic! And it's legal! 1,3 m per second. Thank you! Thank you, Mrey. Thank you. Thank you, Mrey. I hope that we przyz Hieronnaas, to the co-spexp Weltmeister, Europameister und Olympiasieger. Sein Weltrekordwurf von 1986 hat noch heute Gültigkeit und Vorbildfunktion. 4.36 für Kevin Mayer. Es ist unglaublich. 4.36, wir sind über 9,100 Punkte. Das ist der Weltrekord. Das ist der Weltrekord. Das ist nicht stark, das ist nicht gut. Schau mal diese Exaktion. Das Indescriptible, Johan Ziniz. Champion der Weltrekord. Das ist der Weltrekord. Das ist der Weltrekord. Und all of a sudden, du hast Tyson Gay versus Johan Blake. Und Blake ist gewinnen. Und hier kommt Usain Bolt. Er hat den Ball. Und es ist Bolt versus Ryan Bailey. Und Usain Bolt ist weg. Und Jamaika retains ihre Titel. 36.85. Und der Weltrekord hat sich verletzt. Oh, ich sage. Was ein Weg zu Ende den Olympischen Spielen. Der Weltrekord. Michael Johnson und die USA. Mit einem Weltrekord in ihren Sight. Hier kommt MJ. Watch das clock. Michael Johnson across the line. 2.54, 21. Das ist eine neue Weltrekord. 5. 16. g�.